und weiter geht es auch hier schon und wir sind noch in der gleichen Position wie eben und wir gucken mal dass wir hier noch irgendwas auflesen können bevor wir hier weiter gehen ach ne das bin ich immer mit meinen Schritten ich denke immer hier läuft noch jemand rum also ich schließe einfach mal alles auf was ich mitnehmen kann und dann wird das schon was sind dann gehen wir einfach mal dahin wo wir hin sollen so machen wir das haben wir richtig alles weggepfeffert hier war das nicht nein hier war das nicht gewesen so jawohl haben wir eigentlich gut jetzt zum auflesen ne ein bisschen ha ha perfekt ah und die da der andere hat 206 gut dann haben wir die da kann man ja nichts mehr mitnehmen oder was ist hier Faser ne gut dann gehen wir einfach mal zu diesem Punkt wo ich hin soll und da wäre er dann nämlich schon da lang ja schon so ein bisschen hier lang ne guck mal diesen Marktplatz hier mal hoch gehen auf alle Fälle ist hier natürlich dann denke ich mal ich weiß nicht da kommt bestimmt gleich noch was angeschossen hier hab das so im Gefühl wenn ich jetzt hier rein gehe oder irgendwo hin oder irgendwas dass dann hier noch jetzt jemand rausgeschossen kommt zack 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 ja weil alles mitgenommen was geht oh hier ist ein Eingang aha hier ist ein Eingang Leute ein Eingang ach ganz doller Eingang ganz doller Eingang einmal im Kreis gelaufen da ist ein Fahrrad ist ja nice haha kann man mit dem Fahrrad fahren ups ich hab das Messer aber weggeworfen haha irgendwo konnte ich doch hier rein wo war denn das war das hier ne Moment wo war denn das wo war denn das wo war denn das Moment ähm bei diesem Auto hier vorne was soll das sein oh ein schweres Ding in der Hand ey gibt's gar nicht hier was ist hier bei diesem Auto doch gar nichts bei diesem Auto oder also rein kann ich ja jedenfalls nicht oder hoch vielleicht ne das wird nix da wird nix na gut dann gehen wir halt ähm jetzt mal dahin wo es hin soll ich hoffe jetzt finde ich diesen Weg ach guck mal da kann ich die Treppen hoch ach jetzt hab ich dich meine schöne Waffe weh gehauen ne naja warte jetzt das macht ja nix auch gold noch mensch das hab ich alles letztens gar nicht bei meinen ersten gehen gar nicht so ähm ja vernommen sag ich jetzt mal hier äh äh wo ist jetzt diese Treppe ich wollte ja nicht hier runter springen muss ich mal hier runter springen oder was ach hier na gut so egal jetzt hab ich halt die andere Waffe wieder das wirst jetzt oder ich weiß ja jetzt gar nicht mal wo ich es abgelegt hab ha 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 irgendwie unten halt ne hab ich es ab ach hier ist ja ja ich hab sie so jetzt wollen wir ja nicht mal dahin gehen wo ich hin soll Mensch also hier lang auf alle Fälle und dann müssen wir ja wo müssen wir denn lang äh ja wo müssen wir denn lang hier oben gehts nicht lang da komm ich ja hoch ne ne und hier und hier und hier ging es ja nur im Kreis rum ne oder wenn ich jetzt hier so im Kreis rumtrampel hier ist die Türe da gehts wieder raus ne ist einfach nur hier so ein bissl im pfff ein bissl im Kreis rumgelaufen sag ich mal ach hier ist ne Aufgang sehe ich gerade ach jetzt hab ich die Waffe wieder wegehauen scheiß drauf so ok jetzt bin ich hier oben wieder äh ach das ist ein Feuerlöcher ok da bin ich jetzt also ich muss aber irgendwie rüber glaube ich ne oder nicht hab ich so das Gefühl ich irgendwie irgendwie hier rüber muß wie komm ich denn hier rüber wie komm ich denn hier rüber ja ja aber ja aber was fallen lassen kann so ein bissl na sag doch mal ich hab das da alles schon mal gezockt ne und weiß doch weiß doch da zahle noch mal wo lang ne ist aber auch alber ne so ein bisschen ne ach hier hä oder was ne ne ich schon gar nicht hä du brüssel so aber ich bin aber hier auf dem richtigen Weg irgendwie irgendwie bin ich hier auf dem richtigen Weg aber ähm ja ich weiß gar nicht wo lang jetzt hier ach so mal ist ja bescheuert jetzt oder die wollen mich hier alle nicht reinlassen hä also sowas blödes ne hm hm ja müssen wir mal suchen hier ne vielleicht hier oder was ne aber ich hätte gedacht irgendwo ging es rein na alter Schwede eh ich mich jetzt verlaufen oder was ist hier vorhose ih schliegen es tut mir leid leute dass man hier eine Folge hat wo ähm mal nix passiert groß ähm ja das ist manchmal auch so ein bisschen ne wie verhext sag ich jetzt mal so wie verhext sag ich jetzt mal so ei 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 ich hätte gedacht ich kann hier irgend so einen laden betreten ich weiß es war nicht mehr genau äh das ist ja alber jetzt oder äh 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 Schmitt, die Bäckerei. Kessler, ich hab Mädchen Toos Haus gefunden. Gott sei Dank. Meldet sich, wenn Sie die Akte haben. So, machen wir kurz einen Cut. Und wir sehen uns gleich wieder.